Frank Rosin will sehen, ob Köchin Mandy Potenzial hat und ob sie mit frischen Zutaten überhaupt umgehen kann. Schließlich war mehr Frische ihr Wunsch. So, ich freu mir. Scheiße. So, was machen wir? Wir machen auf jeden Fall, wir können ja Brokkoli machen mit Schweinebelfilet und Drillingen. Dann legt los. Mandy hat jetzt die Chance zu zeigen, dass sie keine Hilfe in der Küche braucht. Gutes Gelingen. Was hast du? Ich halte mich jetzt ganz draußen einfach mal, oder? Finde ich auch. Wieso sagst du mir das? Wärst du sonst schon wieder reingesprungen? Ja, wahrscheinlich. Was machst du jetzt? Ich gucke hier, ob das Fleisch, ja, das ist immer schwierig, da bin ich zu lange wieder raus. Wieso zu lange wieder raus? Nein, aus meiner Lehre meine ich jetzt. Die Farbegriffe. Dann sagst du so, wie ihr meint. Ich gucke wegen den Seelen und so weiter. Das hier und dieses Parieren. Ja, danke, Parieren. Super. Was soll ich sagen? Was soll ich noch braten? Gar nichts. Du machst das. Gut. Ja, gut. Eine Sekunde Unachtsamkeit und Renate büxt aus. Obwohl sie sich nicht einmischen soll, holt sie Butter zum Braten. Hier, mein Schatz. Komm an meine Seite. Das zieht mir so von rechts, da bräuchte ich die ganze Wärme kissen. Also der Gast möchte gerne in einer Viertelstunde essen. Auch frische Küche muss schnell gehen. Gäste wollen nicht warten. Noch 14. Der Sternekoch schafft reale Bedingungen. Köche müssen mit Zeitdruck umgehen können. Noch 11. Die eigene Chefin und einen Sternekoch im Nacken. Das macht es für Mandy natürlich nicht leichter. So, noch zweieinhalb Minuten. Okay. Endspurt ist angesagt. So, jetzt müssen wir langsam anrichten gleich mal. Der Gast, der möchte mich jetzt ganz gerne. Kommt hier rein. Messergabel, Kinder. Komm. Uno, du. Hat Mandy die Feuertaufe bestanden? So, eine ehrliche Meinung. Als Gast, ihr bezahlt das. Also das Fleisch ist sehr zäh. Kartoffeln könnten vielleicht noch ein bisschen. Die Kartoffeln sind zu hart. Da fehlt auch noch Gewürztramm, finde ich. Kinder, was soll ich dazu sagen? Am besten machst du mal Gas aus und so und dann gehen wir mal nach vorne und setzen uns mal eben kurz zusammen. Geht ihr mal durch? Was soll ich zu dem Essen sagen? Ich war gerade schon ein bisschen geschockt. Das war nicht durchdacht. Du hattest keine wirkliche Wissensstrategie, mit welchen Produkten man wie umgeht. Ich muss lernen, natürlich. Sind wir uns einig, dass wir üben müssen? Ja. Der Ansatz mit frischer Küche ist gut, aber es fehlt an Übung. Und ist wirklich das ganze Team bereit für Neuerungen? Es brodelt nicht nur in der Küche. Und wenn wir jetzt hier gerade mal so schön sitzen, deuten wir ja gerade im Grunde genommen die erste interne Gesprächsrunde ein. Da ich noch immer die Chefin bin, werde ich einfach damit mal anfangen. Ich habe natürlich Angst, dass das hier aus dem Bach runter geht, wenn wir keine Hilfe kriegen. Und dass wir uns hier alle nicht mehr richtig gut verstehen. Das ist eine ganz große Angst, dass wir nicht mehr miteinander arbeiten, sondern gegeneinander. Bei dir habe ich natürlich auch sehr viel Angst, Sandra, weil du sehr mit Mandy zusammenhängst. Ich nicht mehr so bin deine Mama wie früher. Das belastet mich natürlich. Sie fühlt sich auch vom Stich gelassen ein bisschen. Von Sandra, weil sie halt kaum für sie Zeit hat, weil sie mehr mit Mandy zusammen ist. Viel. Sie ist jetzt mal gerade acht Wochen bei uns. Aber Sandra hat sich so sehr mit ihr verbunden. Und egal, was ich dann mal sage, und ich meine es dann gar nicht mal böse, wird mir das dann gleich als, ich könnte Mandy nicht leiden, was nicht stimmt. Und wenn hier irgendwas ist, ich kann mir wirklich so vor, als wollt ihr zwei den Laden übernehmen. Nein, wir kämpfen beide dafür, dass der Laden wieder hochkommt. Ich kann ihn noch gar nicht übernehmen. Ich bin überhaupt noch nicht so weit dafür. Du gibst mir ja nichts in die Hand. Du behältst ja alles für dich drin. Fakt ist, ihr kommt nicht klar, weil ihr ein berufliches Kommunikationsproblem habt. Du schaffst die Küche nicht alleine. Du kannst es nicht vermitteln, wie sie es machen soll. Und beide treten an mich ständig ran und ich soll dem nichts sagen, ich soll ihr nichts sagen. Und ich platze und klar, stehe ich dann immer hier mittendrin und dann kabbeln wir uns. Genau. Ich sage euch eins. Wenn ihr euch nicht alle vier die Hand gebt und mir sagt, wir machen das und ich euch das auch glaube, dann lassen wir es. Und dafür gebe ich euch bis morgen Zeit. Schönen Abend noch. Es gibt noch eine weitere Baustelle, um die sich der Sternekoch kümmern muss. Die finanzielle Situation. Würde ich sagen? Ja. Ich habe gerade den Steuerberater angekommen. Wir können da jetzt hinfahren. Wir müssen uns beeilen, weil er nicht viel Zeit hat. Hat der jetzt noch Zeit? Ja, jetzt gerade. Ja, lass uns das doch mal an. Das ist doch ungegangen. Chefin Renate hat keine Ahnung von Zahlen. Zum Glück aber einen Steuerberater, der Frank Rosin nun auf den neuesten Stand bringen soll. Ja, Dankeschön, dass es noch geklappt hat. So. Ja, ich habe mir das angeschaut. Sie hat Schulden beim Finanzamt in fünfstelliger Höhe. Da Renate nicht alle Unterlagen vollständig vorgelegt hat, hat das Finanzamt eine sogenannte Schätzung vorgenommen. Für das Casino von großem Nachteil. Dadurch kommt es zu Schätzungen beim Finanzamt. Die Schätzungen sind dann teilweise sicherlich überhört. Sie hat mir gesagt, dass sie 8.000 Euro Schulden hat. Leider ist es so, dass ihre Schulden sich derzeit beim Finanzamt auch für über 20.273 Euro belaufen. Die letzte Chance. Das Finanzamt muss schnellstmöglich die richtigen Umsatzzahlen bekommen. Gut, also machen wir folgendes. Sie setzen sich mit dem Finanzamt in Verbindung und werden sich dann bei meinem Team melden, wenn Sie Ergebnisse haben. So machen wir das. Alles klar. Danke und auch gute Zusammenarbeit. Danke. Die große Frage, wird das Finanzamt mitziehen und die Forderungen reduzieren? Das spiele ich. Das wird die nie bezahlen können, wenn das Finanzamt das Geld haben möchte. Weißt du, ich kann kochen, ich kann Gastronomie, ich kann auch die Renate in den Arm nehmen. Aber das muss er machen. Berlin. Alexander und Renate. Ja, guck mal. Super, wir können ja weitermachen. Mutter und Tochter wissen nichts von dem Treffen mit dem Steuerberater. Ich hatte ja gestern Abend noch einen Termin mit dem Steuerberater. Und wir haben uns mal über die finanzielle Situation unterhalten. Sag mir doch mal, du hast es gesagt, wie viele Schulden hast du beim Finanzamt? Um die 8000. Wusstest du das? So in dem Treffer, ja. Renate, ich muss dir leider sagen an dieser Stelle, dass du beim Finanzamt über 20.000 Euro Schulden hast. Der Steuerberater hat gesagt, es gibt keine ordentliche Kommunikation. Und dass es nicht ordentlich festgelegt werden kann, wie viel Umsatz du machst. Von daher, dass das Finanzamt keine Zahlen bekommt. Und darum haben die sich geschätzt. Weil der Buch jetzt bleibt, ja. Ihr verdient kein Geld. Ihr habt 20.000 Euro Außenstelle beim Finanzamt. Und so geht das nicht weiter. Entweder machen wir jetzt dicht. Oder wir reißen ja alles ab. Stellen dich neu auf. Stellen das ganze Gebilde hier neu auf. Und machen einen Neuanfang. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt und mir gleich sagt, was ihr vorhabt. Das war wirklich gerade eine sehr schwierige Situation. Aber ohne einen radikalen Neuanfang kommen wir hier nicht weiter. Und das Wichtigste ist, ich muss wissen, ob Renate überhaupt noch die Kraft dafür aufbringen kann. Auch das Team muss wissen, wie schlecht die Lage wirklich ist. Also die Situation ist noch viel schlimmer, wie ich dachte. Ich habe natürlich immer nur mit den 8.000 Euro gerechnet mit dem Finanzamt. Aber ich habe jetzt gehört, dass ich 20.000 Euro habe. Dass jetzt so viel ist, hat keiner gerechnet. Wir haben ja viel darüber geredet, aber das ist ziemlich schockierend. Scheiße. Mama. Ja? Das klärt sich alles wieder auf. Klar, es werden... Hol den Optimismus raus. Ich gehe mal ganz kurz, Entschuldigung, Wasser ertrinken. Kann Renate noch die Kraft für einen Neuanfang aufbringen? Alles gut. Ich schaffe das. Okay. So, wie sieht es aus? Es ist machbar, wir können es retten. Du bist der Kämpfer die ganzen Jahre gewesen und ich stand hinter dir. Und jetzt möchte ich gerne kämpfen und du kannst hinter mir stehen. Gebe mir die Chance. Aufgehen gibt es nicht. Es ist weiterhin. Weil es ihr Lebenswerk hier und soll bleiben. Wir stehen auf alle Fälle und euch. Definitiv. Wegrennen ist nicht, würde ich dann sagen. Nee. Auf keinen Fall. Renate ist mir die ganzen Jahre bei euch und ich gehe auch nicht weg. Ich werde auch nicht weggehen. Ich habe hier meine Familie gefunden. Ja, wir wollen neu starten, wenn du uns hilfst. Alles muss geändert sein. Ja, muss schon alles geändert sein. Neben einer klaren Rollenverteilung muss nun richtig kalkuliert werden. Der Name Casino war verwirrend. In Kochcoachings lernt Nandi frische Küche und Bauleiter Willi muss her.